Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier bei der Coop-Zeitung in Basel. Zum Glück in Basel und nicht in Zürich, wo ich heute Morgen hergekommen bin. Dort hat es nämlich geregnet und das am 6. Montag. Hier in Basels schönstes Wetter hat uns animiert zu einem spontanen Grillplausch. Grillieren, das Thema, auch in der Zeitung. Für uns immer ein kleines Wagnis. Wir planen manchmal ein Bier ein bisschen voraus. Logischerweise wissen wir nicht ganz genau, wie es sich aussieht. Also Mitte April, dieses Mal haben wir richtig Glück gehabt. Sie auch. Wetermässig sollte es eine prächtige Woche geben. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit und ich freue mich jetzt auf meine Wurst.